Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Die stark gestiegenen Heizkosten sorgen dafür, dass viele Wohnungen zurzeit kühler als üblich bleiben. Doch das sparsamere Heizen in diesem Winter wird Experten zufolge für mehr Schimmelschäden in Wohnungen und Häusern sorgen. Die Gefahr der Schimmelbildung infolge eines unangepassten Heiz- und Lüftungsverhaltens sei durchaus als hoch einzustufen, sagte Stefan Betz, Vorsitzender des Bundesverbandes Schimmelpilzsanierung der Deutschen Presseagentur. Aus Sicht des Energieberaterverbandes GIH mangelt es an Aufklärung über das richtige Heizen und Lüften. Lotz Badelt, Vorsitzender des GIH-Landesverbands Berlin-Brandenburg, sagte, es werde zwar viel für das Energiesparen geworben, aber nicht ausreichend über das richtige Nutzerverhalten aufgeklärt. Schimmelschäden könnten vermehrt in älteren Bestandsgebäuden auftreten und hier vor allem in den schlecht wärmegedämmten Mehrfamilienhäusern der 1960er und 70er Jahre. Grundsätzlich seien in allen Gebäuden Küchen-, Badezimmer- und Schlafzimmer eher gefährdet, da dort viel Feuchtigkeit entstehe. Wenn weniger geheizt werde als in den Vorjahren, um Energiekosten zu sparen, aber das Lüftungsverhalten nicht angepasst würde, könne es zu einem Eintrag erhöhter Feuchtigkeit an Wänden, Zimmerdecken, aber auch Möbeln und Stoffen kommen und in der Folge zu Schimmel, sagte der Experte. Verwertbare Zahlen werde es frühestens in einem halben bis einem Jahr geben. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.